So, willkommen zurück zum Armidus 2 Let's Play. Wir sind jetzt in Mission 7 und hier heißt bittere Kälte. So, warten wir mal kurz den Nadelbergen ab. So, Karte, Notizen. Ah, da. Notizenbesprechung. Der UN-Sicherheitsrat hat das Friedensmandat der USMC annulliert, damit es von den Föderatierten der russischen Truppen ersetzt werden kann. Die 27. Müh wird sich aus Schenarus zurückziehen. FOB Manhattan wird demontiert und die letzten Truppen warten auf den Transport nach Elektro-Wastk. Also, dahin. Um danach auf die USS Keyshaven verbracht zu werden. Gut, also. Unser Schlusspunkt hier wird abgebaut und unsere Truppen ziehen sich zurück. So. Situation. Mission. Tim Weser wird die Evolikierung der letzten Materialien und Mannschaften vom FOB Manhattan sichern. Okay. Aufgaben, Beweise finden. Wer war noch? Alles klar. Gut, wir starten aber die Mission. Gut, wir starten. Gut, wir starten. Wir machen uns mal wieder zurück. Seitdem, wenn wir nur auf den Reden gehen? Komm schon! Gass, wir machen. Calm dich, Frau. Sie werden die Schmerzen aus. Hey, Simmons. Bump, off, Simmons. Hey, das ist nicht so, dass du mit dem Mannschaften schlugst du dein Leben hast. Wenn du nicht für mich, dann wirst du zurück in die Schmerzen. Kann ich, wo die Schmerzen sind. Ich weiß, dass du alle schmerzt über die Art der UN-Wand ging. Die Usikon-Wertrall-Order sind die Russischen. Aber keine Angst, dass die Angst in diese wenigen Stunden in den letzten Stunden kommen. Wir gehen nach Hause. Dressler ist auf dem Berg. Wir haben eine letzte Recon-Opte, bevor Sie alle rauskommen. Gut, wir sind alle hier. Wir beginnen. Kapitän Dressler, Sie wollen sie in? Okay, okay, listen up, Marines. Wir haben eine Pause. Ein Lopatov-Lieutenants will sie sich über die Tchadaki, Moskow und alle anderen. Spukyev, das ist der Mann, kann die Tchadaki-Operativen in was sie nennen, Plan Kobold. Die Moskow-Bombing. Spukyev ist Angst. Die Russischen sind so schnell auf diese Sache, dass sie alle glauben. Siemens, ich sende deine Team in nach dem. Kooper, Spukyev hat eine Safe-House west des Krasnostafs, auf 028104. Ich will, Sie nehmen die Razor und die Files. Razor, nehmen die Hummer und zu dieser Safe-House ASAP. Zurück zu Manhattan mit den Files, und Starforce-21 wird Sie zurückgekommen. Es wird nicht mehr von den F.O.B. leften Sie zurück. Wie Sie wissen, unsere deadline für die Überlegung ist 1,700 Stunden. Nachdem gibt es eine Marine innerhalb 50 Kilometer von Tschernaruus. Entstanden? Entstanden? Entstanden, Sir. Dressler und ich sind sofort für die Kaysan. Herr Schäuble, eure Team werden von den letzten, um die F.O.B. zu verlassen. Also, sicher, dass Sie die Lichter ausziehen. Alles klar? Ja, Sir, Sir. Okay, dann. Los geht's. Okay, also, wir sollen zu dem ausfahren. Dokumente sichern. Dokumente sichern. Na da. Zu dem ausfahren, die Dokumente sichern. Und dann ganz schnell abhauen. Und da wird nur bis zu 10 Uhr nicht überführt werden können. Oh, get back! Martin. Alles klar. Sollte ja eigentlich nicht so schwer sein. Schnell müssen wir den Handen gehen. Mal rein hier. Oh, get in that car. Roger. Zack, 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 zack. So, für später noch nicht mehr. Waiting. Ready. Okay. Jo, nur 15 Uhr. Ja. Einmal automatisch speichern. Und ein. 60 Uhr haben wir das. Oh. Ausweichen. Das wir hier noch unterbauen. Ja. Enemies 2. Oh. Ja. Beschossen. Oh. Clear. Oh. Ja. Ok. Okay. Da sind wir halt da. Ich helde. Jetzt geht's wie ganz vorne. Da war ein bisschen Zaun im Weg. So, um das Haus natürlich auch noch zu stören, also es Beweise finden, dann das Haus zu stören. Schon mal in Wegfahrrichtung parken. Und nochmal speichern. Mal schauen, wo im Haus die Papiere sind. Vielleicht versteckt sich da noch einer. Ja, keiner da. Da vorne müssen die Papiere sein. Zünder, 30 Sekunden reinstellen. Und jetzt weg hier. Zack, 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 zack. Mal noch speichern eben. Wir sind weg hier. Fortsetzung ist explodiert. Das ist klar. Geschafft. Das ist Saber. Message über. Saber, das ist Saber. Go ahead. Over. Hey, boys. Just thought you'd like to know we're back in Manhattan already. Just getting ready to bug out with Spukeev here. Manhattans. Ja, 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 ja. That's great, Simmons. You called me up for that? Get off the line, asshole. Come on. Woah, don't get upset, Razor. I just thought you'd like to know is all. I know how you worry about us. Hold up. What the fuck was that? Das? Simmons? Simmons! What's going on? He's gone. There was a noise and then it just went dead. Ah, fuckers just messing with us. I don't know, man. Something was wrong. Yeah, yeah. Swordsman, this is Razor. Message over. Razor, this is Swordsman. Go ahead. Over. We just had a really weird message from Saber over the short line. Sounded like there might be some trouble at Manhattan. Over. Copy. Wait. It's bullshit. He's fucking with us, guys. I'm telling you. Razor, this is Swordsman. We can't raise Saber from here either. The only other unit left in Manhattan is off air too. You're on route anyway, right? Over. Copy that. Over. Well, double time, Marines. You're gonna get there a hell of a lot quicker than anything I send. Out. That's the best name here. I can kill you. I don't know. I don't know. You're talking to me. All the best name here. Kann sein Hand schreiten. So, hier sprechen wir noch einmal. Sprechern. 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 Oh, danger. Standing by. Go! Maschine Gunner. 11 o'clock. 100 m. Oh, nochmal Sprechern. We are out. We're out. Enemy man. Close. I've got him. Change your backs. Hostile down. mal ein paar granaten da einschießen oh schweichern scheinen kannst du als wären die überfallen worden na wo versteckt ihr euch da ok das können wir drinnen schweichern schweichern wo schweichern 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 Dann machen wir hier erstmal einen Cut und sehen uns gleich im nächsten Part wieder.